Hallihallo und schön, dass ihr auch am Sonntag wieder eingeschaltet habt im 1-05 gegen Bayer 04 Leverkusen. Die Mainzer haben 3-2 gegen Hoffenheim verloren. Da haben sie sich bestimmt geärgert. Da hätte man ja weiter oben auf den internationalen Plätzen seine Stellung festigen können. Und ja, das emotionale Spiel zwischen Leverkusen und Dortmund habt ihr garantiert alle verfolgt mit Roger Schmidt. Der Trainer von den Leverkusenern, der ja nicht auf die Tribüne wollte. Und Mike, ich glaube, du hattest es gesagt, 5 Spiele muss er jetzt. 5 Spiele darf er nicht dabei sein, 20 Riesenstrafe und Rudi Völler bekommt auch nochmal 10 Riesenstrafe wegen diesem super tollen Interview. Ja, das ist krass. Roger Schmidt, also ganz ehrlich, wenn man nicht macht, was der Schiri sagt, dann gibt es Ärger, ne? Ja, natürlich. Komm, weiter hier. Ja, an diesem Bundesliga-Wochenende haben wir zum ersten Mal ganz viele Wünsche von euch erhalten. Das freut uns riesig, wenn ihr euch zum Beispiel am 24. Spieltag oder DFB-Pokal, Champions League, Europa League, wenn ihr euch irgendetwas wünscht, dann schreibt uns das. Das setzen wir gerne halt um. Und ja, an diesem Wochenende gibt es eben 5 Partien. Wir haben am Freitag angefangen mit Köln, dann ging es weiter am Samstag mit Wolfsburg gegen Bayern München. Außerdem den Abstiegskracher Darmstadt zu Gast bei Werder Bremen. Und heute hier geht es los mit Mainz gegen Bayern 04 Leverkusen. Es folgt außerdem noch Frankfurt gegen Schalke. Alles Partien, die ihr euch gewünscht habt. Ja! Oh! Und, liebe Leute, wir haben eine neue Sache, die wir euch gerne vorstellen möchten. Wir haben sie zum ersten Mal gestern getestet. Genau. Und zwar, ihr dürft euch ja wünschen was. Und ihr dürft sogar noch raten, wie das Spiel möglicherweise ausgeht. Aber nicht schummeln, liebe Leute. Genau, nicht schummeln. Also, schön am Anfang, die ersten 2-3 Minuten dürft ihr euch gerne angucken. Dann würden wir ganz gerne mal euren Tipp hören. Genau. Und dann, ja, wer weiß. Das wird bestimmt lustig. Ihr könnt auch gerne vielleicht 2 Tipps machen. Auf der einen Seite, wie geht das Spiel real aus? Auf der anderen Seite, wie geht unsere FIFA-Begegnung hier aus? Dann machen wir es einfach so. Das erste schreibt ein großes R dafür für Realität. Und das zweite schreibt ein F für FIFA. Ganz einfach. Genau. Also. Oh, Tom, wir sind die vier Beine. Ja. Und wir sind Erfolg. Mit dem Schuh in die Schnauze. Das sah aus, ey. Unglaublich. Ey. Du sollst schießen, du wirst nicht grätschen. Danke. Also, ich will viele Tore machen. Und diesmal wirklich. Und defensiv. Ja. Boah. Liefern sich Pflicht, solche Aussetzer. Gelbe Karte. Hey, Premiere an diesem Bödes-Legerspieltag. Für dich. Ich hoffe, dass ich mit Leverkusen endlich mal erfolgreich jetzt hier bin. Oh, ja. Aber die Mainzer machen echt Spaß zu spielen, muss ich sagen. Ja. Besonders, wenn sie hinten liegen. Ja, wann denn? Erste gute Aktion. Gleich. Pass mal auf. Ecken kann ich. Rein machen. Oh. Oh. Schöner Lolo. Läuft auf die andere Seite. Und raus damit. Und wer hat den? Schlecht. Was war jetzt? Okay, gut. Das vergessen wir mal lieber ganz schnell. Yo. Bah. Hör auf, ihn zu blocken. Uah. Aus. Meine Güte. Null zu null immer noch. Also, so viele Tore gab es bisher noch nicht an diesem Wochenende. Da waren wir schon mal besser. Ich verrate nicht zu viel. Ja. Ich lasse mich zu schon auch noch mitzählen. Ja, also momentan kann man noch mitzählen. Oh. Ui, 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 ui. Oh, Mali. Ganz knapp vorbei. Am Kasten. Ja, man sieht, also richtig heißes Derby. Was heißt Derby? Die Ballstädte liegen nicht so weit auseinander. Oh. Nimm den doch mit. Ey. Ja, Niederlechner. Komm. Ganz stark. Ja, ja. Und? Oh. Abgefällt. Scheiße. Aber solche Aussetzer. Schaut euch die anderen Partien an. Solche Aussetzer mache ich an diesem Wochenende unglaublich häufig. Der Ball war eigentlich erklärt. Und trotzdem lege ich ihn dir nochmal schön vor. Und es wird erneut gefährlich. Ja, sowas hier. Das geht einfach nicht. Ganz stark. Nun. Schöner Pass. Ja. Scheiße. Da muss ich mich geschlagen haben. Führung. Oh, gut ausgespielter Konter. Es geht doch. Oh, das tut gut. Meine Fresse. Meine Fresse. Da muss ich hier an diesem Wochenende kämpfen. Also 0 zu 0 geht die Partie nicht aus. Wir haben hier die erste Bude gesehen. Vielleicht mit einem anderen Ergebnis. Was ich gerade denke. Oh, gut gesehen. Nicht schlecht. Nee, also das geht schon mal nicht. Am vergangenen Dienstag habe ich so einen reingemacht. Aber richtig sattgeil getroffen. Voll unter die Latte gehämmert. Uiuiui. Realität oder virtuell? Nee, Realität. Also da haben wir auch alle gesagt. Meine Güte. Perfekter Schuss. Aber das war auch echt. Der kam super und optimal erwischt. Keine Chance für ein Torwart. Gefährlich abgefälscht. Oh, ja. Gibt es noch eine Ecke? Nö. Nein. Urkarius. Weit, weit, weit weg. Nö. Uiuiuiuiui. Ganz stark. Jetzt geht es ja los. Ran, 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 ran. Drei Minuten. Ja. Oh. Schade. Einer. Komm schon. Oh. Karius. Hält das 0 zu 1. Noch eine Ecke. Eine weitere Ecke. Wir sammeln. Die kommt gut. Weine. Ey. Oh, lass den doch noch. Ja, der Schirrisch verweift immer zu den ungegünstigsten Zeitpunkten ab. Also 1 zu 0. Ob du gerade im Angriff bist oder sonst was. 1 zu 0. Knappe Führung für die Gäste. Aber die haben auch viel mehr Chancen. 11 zu 5. 10 zu 0. 10 Schüsse aufs Tor. Und nur einer ist reingegangen. Das ist zu wenig. Mehr Ballbesitz. Mehr Zweikämpfe. Du mehr foulst. Du liegst bei den Karten nach vorne. Schussgenauigkeit. Da bin ich deutlich besser logischerweise. Passt keine Neuigkeit leicht. Also die Führung geht auf jeden Fall in Ordnung. Ja, sehe ich auch so. Also ich mache zu wenig. Nur vorm Tor. Da muss ich noch ein bisschen was erledigen. Aber... Oh. Ich habe das vergessen. Ah, egal. Ich probiere es mal so. Mal abwarten. Wie der zweite Durchgang hier wird. Ah, holt ihn euch. Holt ihn euch. Ganz stark. Gut, aufgepasst. Jetzt. Gut. Oh. Ich dachte, du kommst nicht mehr ran. Oh, ist das ärgerlich. Da, 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 da. Oh. Oh. Aber es gibt jetzt noch eine Karte. Oder... Nein. Ja, natürlich. Ja, mit Benner. Gelber Kasten. Oh. Doch keiner. So. Wollen wir mal ein bisschen jubeln? Bin dabei. Nein. Riesenaktion. Ah, Mann. Klopft. Hey. Oh. Wieder so eine riesige Schale. Jetzt geht es los. Also Mike hat sich was vorgenommen. Das merkt man. Oh, ja. Mike hat gesagt, er will mehr in die Offensive jetzt investieren. Und... Ich gehe kaputt. Ja, ey. Voll gerade. Das war ein sehr guter Beginn. Scheiße, 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 scheiße. Au, selten jetzt. Papadopolo. Gut. Gut. Jetzt. Ja. Bam. Shit. Weiter. Jo. Jetzt. Jo. Das war aber richtig knapp gerade. War gefährlich. So würde ich das jetzt nicht haben. Ja, ich so auch nicht. Der sollte flach kommen. Ja, komm. Komm, komm. Boah. Wir liegen nur 1-0 vorne. Das ist nicht gut. Verdammter Scheiße, ey. Das ist nicht gut. Seh schon, komm. Ich leider auch. Das ist 2-0. Ja. Oh, nee. Das kannst du nicht vergessen. Ey. Ich habe keine Ahnung, dass du da hinkommst. Was für eine Parade. Was für eine Parade. Schöne Flanke. Äh, ja, aber... Reicht noch nicht. Nee, ist klar. Jetzt ran. Schöner Doppelpass. Hab ich das? Das hab ich gedacht. Hatte ich mir gedacht. Oh, schwein gehabt. Nee. Nein, noch nicht. Ja! Was macht der, Alter? Das haben wir so verdient. Und vor allem, ich hab das verdient. Verdammt nochmal. Ja. Guckt euch mal den Torhüter an, Leute. Achtet mal auf Karius. Ja. Keine Chance. Keine Chance. Nein. Da trifft ihr noch keine Schuld. Also, die Abwehr hat ein bisschen... Naja. Ein bisschen geschwächelt, aber ist in Ordnung. So hart er arbeitet. Ja. Das gleiche Spielchen hier vernehmen. Meine Güte hier. Ja, jetzt geht alles doch noch ein bisschen leichter, oder? Oh! Oh. Oh, 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 oh. Hey! Kriegst du jetzt nicht alle vorbei? Oh, 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 oh. What the hell? Guter Block. Wow, hammermäßig. Hammer! Nein. Jetzt! Mann, du sollst vorne bleiben! Warum stelle ich immer auf totaler Angriff, wenn die immer zurücklaufen? Das habe ich dir schon mal erzählt. So, da will ich ihn hinhaben. Genau da! Ganz stark, Kießling! Oder vielleicht auch nicht. Oh, super. Hut ab, Mike. Meine Hände, Alter. Die verkrampfen sich langsam. Hut ab, Mike. Super geklärt. Ich werde dir doch irre! Mann! Ja! Bellarabi! Oh, den fängt er auch ganz locker. Weg! Jetzt! Erstklassig aufgepasst hier. Oh, scheiße. Sehr gut. Oh, ich wollte eine halbe Flanke, falsche Taste. Scheiße! Nein! Ich ärgere mich gerade. Ich hasse mein Passspiel an diesem Wochenende. Nee, ich war nicht mehr dran. Sicher. Okay, sehr sicher. Ja, lieber Mainzer. Oh, Gero hat eine Vernetzung. Scheiße! Das gefällt mir gar nicht! Ja, lieber, klar! Leute, das Spiel wird leider verloren gehen. Jetzt! Bellarabi! Was? Was habe ich denn gemacht? Ich habe gemerkt, dass du ein Gewinn bist. Da hat er abgeführt. Ja, ja, ja. Hey, ich komme doch gar nicht mehr nach vorne. Oh, nee. Und dann sowas. Das ist nicht wahr! Leute, wie viele Chancen braucht ihr noch, um diese Verwalt der Hütte zu machen? Oh, bitte. Oh, bitte. Ja! Ich höre die Abwehr. Nee! Man läuft doch nach vorne! Los! Kommt mit! Ganz hervorragend, Tom. Ganz hervorragend. Du hast doch gewonnen, aber... Das kommt ins Bestaufpassen, was du versprochen hast. Scheiße! Und man sieht, wie der Ball ins Austrollert. Ich denke, ich bin in der Lage mit Humor, Leute. Ihr seht es, ich kann an diesem Wochenende nicht schießen. Das leere Tor treffe ich nicht mal mehr. Ist das bekloppt. Okay, gut. So viel sei verraten. Es ist das erste Spiel an diesem Wochenende. Oder ist es das erste? Ich glaube, ja, ne? Dass ich zu Null spiele. What the fuck? Ich glaube, ja, oder? Ja. Also, ansonsten gab es immer mindestens ein Gegentor. Das ist hoffentlich ein Argument, euch auch die anderen Partien anzuschauen. Oh, ja. Oh, meine Güte. Das war ein Krampf, aber immerhin zwei Buden gemacht, keine kassiert und gewonnen. Das reicht mir doch fürs Erste. Wir schauen nochmal auf die Werte. Schüsse sind wir gleich. Vor der Halbzeit hattest du keinen einzigen Schuss aufs Tor. Und jetzt schaut euch das mal an. Scheiße, ja. Das heißt, du warst im zweiten Durchgang eigentlich besser, aber ich habe zwei Tore gemacht. So läuft Fußball dann. Ballbesitz hast du auch mehr. Zweikämpfe liege ich vorne. Fouls gleich, gelbe Karten gleich. Verletzung, wir beide auch, okay. Aha, ja. Ich habe ja gesagt, Gero in der Schlusswittelstunde hat er sich verletzt. Habe ich nur zum Spielspiel gemerkt. Ich einmal abseits, Ecken gab es reichlich. 5 zu 7. 12. Schussgenauigkeit bin ich besser, Passgenauigkeit du. Also 0 zu 2, das Endergebnis. Eine Partie haben wir heute noch. Frankfurt gegen Schalke. Wir zählen auf euch. Bis gleich. Tschüss. Ciao.